Ich möchte nun meinen Shop noch etwas optisch anpassen, denn ich habe in meinem Theme noch keinerlei Änderungen diesbezüglich vorgenommen. Zum Beispiel befinde ich mich hier gerade auf der Startseite und hier werden meine letzten Blogbeiträge angezeigt. Das möchte ich so natürlich nicht. Zunächst einmal wechsle ich wieder zurück ins Dashboard und erstelle mir ein Menü. Das mache ich, indem ich hier unter Design den Punkt Menü wähle und erstelle mir hier das Menü Hauptnavigation, klicke auf Menü erstellen und füge mir zunächst einmal alle Punkte in mein Menü außer meine Beispielseite. Ich sage hier zum Menü hinzufügen und ändere die Reihenfolge noch etwas ab. Ich sage Shop soll in meinem Menü als erstes kommen und als nächstes soll der Warenkorb kommen und dann mein Konto und Kasse. Ich klicke einmal hier auf Menü hinzufügen und dann schaue ich mir das Ganze noch einmal an. In meinem Frontend, da hat sich noch nichts getan. Das liegt daran, dass ich das Menü noch nicht zugewiesen habe und das tue ich jetzt einmal. Ich gehe hier auf Positionen verwalten und sage, dass das primäre Menü mein gerade erstelltes Menü Hauptnavigation sein soll. Ich sage hier Änderungen übernehmen. Jetzt schaue ich mir das noch einmal in einem neuen Tab an und so sieht das Ganze schon etwas besser aus. Jetzt möchte ich natürlich nicht, dass meine letzten Beiträge auf der Startseite erscheinen. Ich möchte dort meine Produkte natürlich abbilden und deswegen gehe ich hier noch einmal in Design, Anpassen. Und diese Ansicht kennen Sie bereits. Für das installierte Themes sind hier noch einige Punkte hinzugekommen. Und ich sage hier statische Startseite, eine statische Seite und wähle die Seite Shop aus. Und ich speichere mir das Ganze einmal ab und bekomme es auch schon hier in der Vorschau so angezeigt, wie ich mir das vorstelle. Ich schaue es mir aber noch einmal hier im Frontend an. Und das Ganze sieht auch schon wesentlich besser aus. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit bekommen, hier der Sortierung nach Preis oder nach neuesten Produkten. Und ich kann hier in die einzelnen Produkte gehen, kann mir die Produktbeschreibungen anschauen. Und wenn ich zurück zu meinem Shop möchte, geht das natürlich auch über die Navigation. Meine Seitenleiste gefällt mir auch noch nicht. Hier habe ich eine Suchenfunktion für meinen Blog und hier den letzten Beitrag Hallo Welt, Kommentare, Kategorien. Das möchte ich so nicht da stehen haben. Und deswegen gehe ich nochmal zurück in mein Dashboard und wähle dieses Mal hier Design Widgets. Und wenn ich etwas nach unten scrolle, dann sehe ich, wie mir mit dem Plugin WooCommerce hier einige zusätzliche Widgets noch mit installiert wurden. Aber zunächst einmal entferne ich die Widgets, die ich nicht möchte. Und das sind in dem Fall alle aus meiner Sidebar. So, jetzt sieht das Ganze schon wesentlich aufgeräumter aus. Und ich möchte in der Sidebar meinen Warenkorb anzeigen. Und ich ziehe mir hier das entsprechende Widget einfach in meine Sidebar hinein. Die Bezeichnung lasse ich so und ich sage, das soll mir gar nicht erst angezeigt werden, wenn ich nichts in meinem Warenkorb liegen habe. Und jetzt schaue ich nochmal, was mir hier zusätzlich noch angeboten wird. Ich kann hier einen Preisfilter hinzufügen und auch das mache ich einmal einfach per Drag & Drop. Und auch die Bezeichnung, die gefällt mir so, die lasse ich. Und ich möchte ein Suchfeld für meine Produkte natürlich, damit meine Besucher auch entsprechend hier navigieren können. Und ich möchte meine Produktkategorien auch in der Sidebar anzeigen. Und dazu wähle ich auch hier das entsprechende Widget und schiebe es mir per Drag & Drop hier in meine Sidebar. Und hier sage ich jetzt einmal Speichern. Und dann schaue ich mir noch einmal mein Frontend an. Dann aktualisiere das. Und das Ganze sieht jetzt schon besser aus. Hier ist hinzugekommen. Ich kann hier nach Preis filtern mit so einem einfachen Schieberegler. Und ich bekomme meine Produktkategorien angezeigt und kann hier entsprechend navigieren. Was mir noch nicht gefällt, ist hier die Bezeichnung Warnkorb. Denn ich hatte angegeben, dass diese erst gar nicht angezeigt werden soll, wenn er leer ist. Und ich schaue einmal, woran das liegen könnte. Und ich sage zur Sicherheit hier noch einmal Speichern. Und schaue mir das Frontend noch einmal an. Und jetzt ist es anscheinend erst übernommen worden. Jetzt wird mir hier eben kein Warnkorb mehr angezeigt. Wenn ich jetzt einmal wieder zurück zur Shop-Ansicht wechsle, dann wird mir auch wieder mein Preisregler mit angezeigt. In der Einzelansicht wird er natürlich nicht angezeigt, denn ich habe hier nur ein Produkt. Und von daher gesehen kann ich natürlich auch nach keinem Preis filtern. Jetzt lege ich mir dieses Produkt hier einmal in den Warnkorb. Und ich bekomme hier die Erfolgsmeldung. Das Produkt wurde zu meinem Warnkorb hinzugefügt. Und ich bekomme jetzt zusätzlich zu der Anzeige hier in meinem Header-Bereich, hier in meiner Sidebar, die Anzeige, dass ich dieses Produkt im Warnkorb habe. Und auch eine Zwischensumme und den Einzelpreis. Und jetzt gehe ich noch einmal auf die Shop-Seite und füge ein zweites Produkt hinzu, das T-Shirt und sage in den Warnkorb. Und Sie sehen, wie hier entsprechend mein Warnkorb in der Seitenleiste aktualisiert wird. Sie haben gesehen, wie Sie einen Shop mit WooCommerce erstellen können, wie Sie die ersten Produkte einpflegen und wie Sie die wichtigsten Grundeinstellungen vornehmen. Wenn Sie mehr Einfluss auf das Design Ihres Shops über das Backend nehmen möchten, dann kann ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich einmal die kostenpflichtigen Premium-Themes zu WooCommerce anschauen. Und wenn Sie auf der Suche nach mehr Erweiterungen und nach mehr Möglichkeiten sind, dann gibt es noch eine ganze Menge an zusätzlichen Plugins, die das Plugin WooCommerce erweitern. Hierfür sollte Ihre erste Anlaufstelle die offizielle Webseite sein und das ist die Webseite von WooThemes. Hier erhalten Sie nähere Informationen zu Premium-Themes, zu WooCommerce und zu erhältlichen Plugins. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020